Was ist das denn jetzt da? Ein Aluminium-Block, aber ich wollte ja einen Barren haben. Egal, wir klatschen, jetzt sind Zombies. Ja, da musst du diese Barren-Form nehmen. Wow, mein Helm! Gibt das auch? Ja! Ich nehm den sicherheitshalber runter, weil ich kann den ja grad nicht reparieren. Und ... Guck mal, wo der ist, Ted. Hier, hier ... Boah! Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Alter, Ted, geh da nicht rein. Ja, ich weiß, ich bin schon drin. Ich komm hier grad gar nicht weg. Der hat mich erschrocken, hat der mich erschrocken, Alter. Ja, weil deine Helz auf einmal so low aussieht, ne? Ja, ja, ja. Der hat mir einen gegeben. Ja. Dann war ich halbtot und wither. Boah, okay. Warte, ich mach die Mauer wieder zu hier, damit er nicht da rauskommt. Und rennt er da? Oh, oh. Ja, weil der da hingeschossen hat. Das ist keine gute Idee. Wer hat da hingeschossen? Der Typ, der hat doch so eine Kugel geschossen. Ach so. So, jetzt sollte der Sound optimal sein, Leute. Jetzt brennt das Haus nieder. Warte. Fuck. Können wir nicht machen. Nee, wollen wir ja auch gar nicht. Ich schlag das hier aus, von hier oben. Das bringt nur leider nicht besonders viel. Wunderbar, zack, zack, zack. Und jetzt sollten wir aber ... Krass. Der war aber wirklich super heftig, ne? Ja, klar. Ich muss mal eben nach Hause weiter essen, ey. Wie krass man auch beschleunigt, wenn man noch springt, ne, auf dem Weg. Oh, kill him! Bam. Was hat das vorher jetzt aus? Ich hab da einfach mal Wasser reingeschüttet, weil ich will nicht, dass hier sein Haus abbrennt. Ja, das ist keine gute Idee, ne? Jo, ich laufe einfach weiter, denn ich brauche tatsächlich wirklich nur die Spawner. Können wir den nicht ... Die seid mir da nicht böse. Ja. Peter, können wir den nicht von Weitem mit Bögen kaputt machen? Go, go, go! Der hat mein Schwert. Der hat dein Schwert. Der hat dein Schwert? Ja. Ach, weil er sticky ist, ne? Neun. Oh, der kommt da raus. Der hat alles, ich hau mal hier ab. Der hat auch Full-Scale-Rüssi, ne? Ja. Alter, sei klar. Ich muss gleich was schwarzeln. Ich denk das manchmal für den Turm. Alter! Der ist ja immer super heftig. Was machen wir denn gegen den? Der OP macht da richtig viel Damage auch? Ey, der macht richtig viel Damage und der hat volle Scale-Rüssi an. Also er hat auch mein Schwert geklaut. Der hat, ähm, Webber, Vengeance, Lifesteal, Ghastly Wither, Berserk, Bulwark, Zepper, Blast of Ender und Sticky. Ja! Boah! Oh nein, der dreht sich zu mir oben, oh nein! Bitte? Hattest du mich denn mit dem Bogen angreifen? Hattest du da meinen Bogen? Ne, oder? Doch! Echt? Echt? Meinen Bogen lass ich droppig und ich bin vergiftet. Heftig vergiftet? Ja, wieder Wither. Ja, relativ gut Damage, weil ich halt meine Rüssi nicht voll hab. Aber da haben wir schon mal die nächste Festung und ich denke, das läuft so. Peter, sollen wir nicht hier eine Lava-Falle bauen und den da reinlocken? Er ist immun. Komplett? Ess einfach mal einen goldenen Apfel. Komplett? Ja. Zack, zack, zack. Krass, ey! Ähm, Kev, sei mir nicht böse. Hä? Ähm, ich nehm nicht mal ganz kurz aus Skype raus, weil wir reden aneinander vorbei bei dem Zombie. Ja. Ja gut, ist kein Thema. Ja, aber bis nachher. Bis nachher. Ciao! Wo ist denn der jetzt? Wir sind mal wieder solo unterwegs. Nee, ein bisschen nicht. Oh, da ist er. Ich muss ihn weg. Weil da meinte ich, wenn man unterschiedliche Sachen macht, ist das halt nicht so geil. Regeneriert er denn? Ich kann nicht sehen, wie viele Helds der hat wieder. Dazu müsste ich näher ran. Ich glaube nicht. Nee, der regeneriert nicht. Der ist ja super krass. Von den Portetau, ne? Ja? Ja. Krass, ey. Wo war das nur an so ein... Oh, 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 oh. Guck mal, genau bei dem. Genau da drauf. Können wir den nicht irgendwo reinlocken und einsperren? Boah, Alter, der ist ja super krass. Können wir den nicht irgendwo... Ich hol mal ein bisschen Cobblestone. Vielleicht können wir den dann irgendwo einsperren. Nee, ich hol den jetzt da weg. Allerdings habe ich da nicht mein Schwert wieder, sondern der ist einfach nur weg. Ja. Den schenke ich statt rot. Ja, die machen den wahrscheinlich mit allem anderen voll easy. Aber der droppt bestimmt noch... Jetzt wird schwand, jetzt wird schwand. Der droppt die ganze Rüstung. Oh, geil. Okay, ich hab ihn. Ist er tot? Nee, nee, ich hab ihn eingepackt. Wo drin denn? Oder womit? Oh, Alter. Wie hast du den eingepackt? In meiner Kapsule, hier in dem Ding. Wie macht man die? Ist die aufwendig? Nee, nee, aus Obsidian machst du die. Eine Kiste und einen Emerald. Ja. Okay. Hä, die Empty Capsule? Genau, Empty Capsule und dann noch irgendwie... Ich weiß gar nicht, wer das andere Ding heißt. Kapsule... Komm ich jetzt nicht drauf. Oh Mann. Ja, aber dann können die schön gucken, was sie mit dem machen. Überleg mal. Ja. Ja, dazu müsste man noch so ein paar von diesen Tower-Mobs halt auch noch spawnen. Die kannst du alle einsammeln, ne? Hab ich mir überlegt. Ja, das müsste man machen. Super viele dann. Weil eigentlich machen wir ja dann keinen Schaden an der Stadt auch. Selbst wenn die mal irgendwo anders hinschießen, ne? Ich hab jetzt die ultimative Waffe. Ja, mein Schwert ist leider weg. Das hat der Typ. Oder das liegt nur da drin. Allerdings ist er wahrscheinlich schon verbrannt. Meinst du? Aber wie heftig der war, Alter. Ja, vor allen Dingen macht er hier mal eben Feuer. Uh, 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 da. Bei mir irgendwo. Ist das mein Schwert? Nee. Was ist denn da hochgegangen? Äh, Sternschnuppe nochmal. Wie geil, Alter. Oh, wir müssen auch die Chochobos mal wieder einsperren, ne? Obwohl, ne, ist noch... Ne, hier ist einer offen. Die Chochobos. Ich mach mal so. Chochobos. Ja, es war bei Chochobos. Chochobos. Okay, mein Schwert ist leider draufgegangen bei dieser Aktion. Krass. War so ein bisschen, äh, war so ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja, klar. Zander hat, also die Rüstung hat der Zombie, aber... Da kann Zander mal gucken, wie er die kriegt. Ähm, hast du so eine Barren... So eine Barrenform? Wo finde ich die denn? Ich hab gar keine Formen. Die waren eigentlich in den Kisten da draußen immer drin, die Formen. Aber wie war das noch? Ich mein, man muss da eine Form für haben. Ma. Alter, war das krass. Ja, wie heftig der ist, ey. Ja, super heftig. Ja, ja. Ingotcast heißt das Ding. Äh, so. Was wollte ich denn jetzt machen hier? Jetzt bin ich total... Ich hab dein Schwert. Was? Ich hab's im Inventar. Yay. Wer damit? Hier, warte. Hier, nicht da. Andere Seite. Ähm, warte, komm mal mit rein, weil ich kann's hier nicht hinwerfen. Hahaha, hier ist die Kiste. Er lockt mich in dein Haus, Herr Benner. Und jetzt, jetzt hau ich dich kaputt. Hier, einfach die. Leg da mal da rein. Na, da. Okay. Ah, sauber. Dankeschön. Dann hab ich's anscheinend irgendwann auch... Ja, wahrscheinlich hab ich's aufgehoben, wo ich runtergefallen bin. Aufgesaugt. Sehr gut. Weil das Krasse war ja noch, ich fiel runter und war direkt in der Spinnenwebe. Ja, super. Und dann hat der irgendein Skill, wodurch alle deine Bubbles leer aussehen, aber gar nicht sind. Weißt du, kennst du das? Äh, diese Wizard-Verzauberung, ja. Ach, ist das das, oder was? Genau. Okay. Ja, da war ich bitter. Ach stimmt, auf dem Weg ist man schneller, ne? Ja, viel schneller, muss man springen dabei noch, dann geht's halt voll ab. Also eine Barrenform hab ich jetzt leider nicht. Ja. Soll ich mal gucken, wie man die macht? Achso, die kann man machen? Ja, klar. Wie heißt die denn? Ingot Form? Ja, nein, du brauchst nur einen Barren. Warte, ich komm da hin. Wir brauchen nur... Kannst... Hast du Gold? Ja, kann ich holen. Ja, hol mal. Weil brauchen wir viel Form. So, jetzt machen wir mal. Wenn der Stream leckt, einfach mal 5 drücken und dann geht's los. Und mit dem Zombie lege ich mich jetzt nicht an. Und dann müssen wir entweder als Geschenk verpacken für Stadtrot. Boah. Das war aber geil. Boah. Das war aber geil. Da hätt ich aber Bock drauf. Ich würd das gerne Stadtrot geben, ohne Scheiß. Ja, am besten irgendwo rein, so, ne? Ja, warum meinst du krass dann? Ja, weg, ey. Lass machen. Ist doch keiner da von Stadtrot. Ja, aber wir müssen erst fragen, ob da klar geht. Weil ist ja nicht meine Rüstung. Aber lege ich ja, wie geil das wär, in irgendeinem Haus. Ach so, das ist die Rüstung von ihm. Ja. Ach so, der... Der Zombie hat den Tod geschlagen und der Zombie hat seine Rüstung. Das ist super krass. Hier, pack das Gold mal da rein, du Pille-Mann. Du Noob, wo? Hier, da in den Ofen. Ne, nicht da. Da muss der Barren drin bleiben. Und da muss das Gold rein, hier, da wo du drauf stehst, genau. Wie vorhin, Peter, wie vorhin. Wie viele? Neun, ne? Ich glaub ja, ne? Ich komm immer noch nicht drüber hinweg. Ich mach gleich die Büchse Pandora. Ich hol mal eben ne Kiste. Genau, du hast so so eins bis neun, nur überall so Kapseln drauf mit Bossen drin. Mit richtig kranken Bossen so. Ja, ich wollte ein ganzes Schiff einsammeln mit den Kapitänen und davon drei, vier Stück. Boah. Und das kannst du da mal eben spawnen, weil raus und reinlassen geht relativ schnell. Ja. Ja, das ist doch nice. So, kommst du jetzt mal wieder hier oder was? Ach so, soll ich wiederkommen? Obwohl, ne, das Gold ist noch gar nicht geschmolzen, also kannst du auch da in einem Loch bleiben. Ne, ich wollte mal eben ein Schild holen, weil ich die Büchse Pandoras ja... Willst du ein Ender-Schild haben, Peter? Äh, ne. Ich hab eins. Und der ist echt bei meiner Mobfalle gespawrt. Boah, super geil. Ich hab sogar zwei Ender-Schilds. Wir müssen ja auch mal ne coole Rüstung machen. Mir? Ja, ja, muss ich mal irgendwie. So ein Hexical Diamond Rüstung. Ja, ich hätte gerne die rote. Also ein Hexical Diamond hab ich. Ich mach das hier hin. Die Büchse Pandoras. Ah, ich wollte ja mal gucken. Ich hab hier irgendwo noch, ich hab noch 41 Bottler of Enchanting. Obwohl, das sind gar nicht so viele Level. Da waren jetzt drei Level oder so. Ja, maximal bei 30. Hm. Da bin ich jetzt aber schon so ein bisschen enttäuscht drüber. Pandoras Büchse. So, was kostet das schwer zu reparieren? 30? Zombie drin. Oh, wie krass der ist. So. Ich hatte jetzt schon zittrige Hände, als ich den da reingelegt hab, weil ich dachte, der kommt da wieder raus. So. Und jetzt lass ich den da einfach da reingießen? Ja. Go. Geht nicht. Wie? Geht nicht. Ich kann's nicht gießen lassen. Oder muss da ein anderer Block rein? Ich weiß es grad gar nicht. Frag doch mal kurz in den Stream, Peter. Ähm, für die Leute, die im Stream sind, ähm, hat da jemand ne Idee, wie wir was machen mit dem Barren? So einmal grob. Kann da einer was sagen? Wäre voll nett von euch. Also, Schweine nett. Fast schon. Ähm, wollte ich jetzt machen. Da fehlte einfach nur noch Gold. Ach ja, ich wollte noch Bücherregale hier rauskramen. Alter, ich war tot, ne? Fällt mir gerade mal auf. Wie, du warst tot? Ich hab doch die goldene Phönix-Feder gehabt. Ja. Also die Phönix-Feder. Wenn du down bist, dann, ähm, füllt die dein halbes Leben wieder auf. Okay, krass. Und mein halbes Leben ist aufgefüllt worden. Also ich war im Grunde tot, als ich da runtergefallen bin. Krass, du warst Insta-Tot, ne? Ja. Heftig eigentlich. Ja, ein Ingotcast. Ingotcast? 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 Was ist denn Ingotcast? Mann, warte, Ingotcast? Ja, das ist doch das Ding. Das machst du so. Ganz sicher. Ach, mehr Gold, sagt da einer. Ach so, noch mehr, okay. Aber dann, ach so, aber dann läuft da doch trotzdem was raus, eigentlich. Vielleicht dabei nicht. Ah, warte, jetzt. Ne. So, okay. Ach doch, mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold, mehr Gold und das Eisen weg. Ja, wenn ich das Eisen wegmache, dann hab ich ja nichts davon, oder? Ne, das Eisen muss, der muss doch da bleiben als Form, oder nicht? Oder kann man da nur einen anderen Block reintun oder was? Ne. Oder doch? Ne. Oder doch? Ich weiß ihn nicht. Ich weiß ihn auch nicht. Soll ich mal einen Living Metal Ingot mitbringen? Vielleicht geht das. Ja, mach mal. Warte, ich hab ihn hier. Der leuchtet so schön in meiner Hand. Bestimmt hochstrahlend als Zeug und keiner weiß es bisher, ey. Ach, Gold anstatt Eisen machen. Warte mal, ich nehm mal das Gold wieder raus. Ne, geht nicht. Nehm mal raus. Geht auch nicht? Sind wir dumm. Ist das blöd, ey. Ja gut, das muss der Peter aber alleine rausfinden, weil meine Aufnahme ist jetzt beendet. Ja. Peter, war schön mit dir, ne? Ja, auch rein. Ja. Und ich verabschiede mich mit einem Boomerang in dein Gesicht und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschö.